Prozent starten starten hier achso ja und nebenbei kann man davon machen schnell, ja Innis bringt Kohle, äh EP so ja so viel Kohle ich meinte EP, so ok ich starte jetzt zack ich breche jetzt auf nach Wecker ich bezweifle, dass man nicht vermissen wird ach, muss man reiten, ne? oh ja, wäre besser mhm oh wie lange steht diese Straße bereits unter Wasser? sagt er, wo seid ihr zu mir? der springt ja ja, das ist ein Wichser mhm wie dreist von euch einfach hier aufzutaten auf die... es... es tut mir leid jetzt gehe ich natürlich die Geschichte von ihm nicht oh, noch einer du hast meinen auch gesehen? mhm und du hast nicht angegriffen? ich war noch am reiten wo ist denn der jetzt? scheiße weiter da ist er einst, vor 10.000 Jahren war Asuna wunderschön das habt ihr uns angetan, Herr Robbiss mhm ich tat nur, was ich für richtig hielt so Vorsicht Alter, halt doch mal inne hier ich werde mich Königin Aschara nie entgegenstellen bleib dicht bei mir man war irgendwie grad in der mhm Faldres, mein getreuer Hauptmann hh hh was ist denn? Besiegt Atessa, okay. Mia, du bist... ...weiter. Oh, ich bin... ...und Intrigen. Oder? Wie kann ich meine Schuld begleichen? Es gibt nichts mehr, was ihr tun könnt, Prinz. Ich habe ihn, glaube ich, verloren. Bei mir ist er hier vorne gelandet. Man sollte hierher. Hä? Ja, komm. Ja, komm. Ja, und was jetzt? Ich weiß es nicht. Bei mir ist er direkt hier, genau hier, wo alle stehen, gelandet. Und dann kann man ein Crash abgeben. Ich kann nicht abgeben. Ich bin zurück. Wir müssen zurück, dann hast du ihn verloren zu lange. Ja, Leute. So ist es. Rot. Ich bin nur die Hälfte, also Uwe ist der Mikro kaputt oder so. Mein Mikro ist nicht kaputt. Hast du wieder dieses Playstation-Ding dran, oder? Nein. Ich bin sicher. Okay. Ja. Ja. Und jetzt verliert er nicht. Nee. Ich sehe den auch nicht mehr, also ich habe ja nur mein gesehen. Ich lauf neben. Ich muss erst etwas anvisieren. Ich muss erst etwas anvisieren. Ich werde nicht mehr Meilenstein. Ich Finish. Sssssssssss. Wahnsinn. jetzt aber ja ja er enden und nehmen Mitter die Treppe hoch wenn er wir können auch hier noch den Romo und nur mal sieben Tonnen die Euro und die gibt es auch ein Bonus-Zier und da oben gibt es auch noch Quests also Quests oder was? Naja, nehmen wir gleich mit die Nacht, der gezeigten Stein gehört Azshara, der strahlenden, dem Licht der Tiefe durchkämmt die Sande nehmt die Ruinen auseinander tötert jeden der sich euch in den Weg stellt irgendein Depp hat mir eine Kontaktanfrage geschickt mhm, ja ja, das habe ich auch schon so, wir haben schon eine Büsche zweite Blupe mhm hier oben wo die so komische Maschinen, die wollen auch wegballern das war das war ja das war ja Die sind schon ein bisschen härter, nicht? Mhm Die Ramox sind gleich alle tot Vorsicht Das ist zu weit entfernt Aber okay Right Okay Ich 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 Ja, okay. Mhm. So, ich kann jetzt auch wieder. Fertig. Ich weiß, wenn man ein bisschen weiter runter geht, da ist noch eins, ne? Bonus-Ziel? Ja, das ist noch ein Bonus-Ziel. Okay, sind wir fertig? Oder? Ne, das ist noch ein Bonus-Ziel. Hier ist ein Bonus-Ziel. Ach, die Folianten müssen wir auch noch sammeln. Oh, dass man das scheiße... Die waren, glaube ich, meistens in den... Ne, das Bonus-Ziel ist auch fertig hier. Das Zeug. Okay, ich... Über nix. Wenn wir doch, wer bleibt, 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 bleibt. Jetzt. Ist bei mir abgeschlossen. So, wir müssen auch die Folianten sammeln. Wir waren gleich im Gebäude, irgendwo Oh oh Ups Hier ist einer Oh oh Ich bin angegriffen, du hast alles gepult und das hat mich angegriffen Danke Jetzt bin ich wieder schuld, ne? Ja, du hast ja Und was? Ey, was ist mit deinem Mikro los, Walter? Wieso, was ist? Ja, manchmal höre ich echt nur die Hälfte so Und dann, 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 dann Gut, dann verpiste ich Ich hab mich nicht verpist, ich bin einfach weitergelaufen Und hab hier oben den einen, der noch hinterhergelaufen ist, umgehauen Und jetzt warte ich hier Ja, das musst du ja auch Wieso muss ich? Ja, was, du musst Ich möchte, bitte Ja, du musst Ich muss gar nichts Ich hab mal ein Bono Ich bin an eurer Seite Okay Hm, was macht sie da jetzt schon wieder Hm Ja, wo bist du denn? Ja? Ah ne, das bist du nicht Bist du draußen? Nein, ich bin drinnen Unten Drinnen, unten Ja Hast du das Buch genommen? Ja Du hast dieses Buch also schon Ja, ich war jetzt eben oben, ne? Nein, dann können wir hier ja weiter Hier, hallo Außen? Hm Ja Lauf mir doch einfach hinterher auf der Minikarte Du bist in der falschen Richtung Bist du oben oder unten? In den Turm, nach oben laufen Durch die Durch den Ausgang Mann, eben warst du unten Eigentlich nicht, aber Guck, hier bin ich Nein Hier Ne? Mhm Ich tu nicht so, als wirst du aggressiv Ja? Du machst mich aggressiv Und hier ist das nächste Ding Hallo, ich Komm, komm Weiter laufen, weiter laufen Zu mir Und hier Schon chillt hier Ja, herrlich Sie ist ja so einfach Und sonst so Alles gut Irgendwo in der Nähe liegt ein Buch Entweder hier oder eins, weiter unten, aber ich weiß nicht genau wo Ich weiß nur nicht, wie man hier einen Stock weit tiefer kommt Vielleicht muss man einfach hier durch Ich glaube ich bin gestern Warte mal kurz Gestern bin ich glaube ich einfach runtergesprungen hier Hallo Runtergesprungen? Da ist es Sagte ich ja, oder? Mhm Siehst du Ja Spür ich da so latente Aggressionen? Nein Atessa müssen wir noch umhauen Die Heinz da Okay War die auch nicht oben? Ich gucke also Ähm Wie ist hier irgendwo? Mh Bist du runtergesprungen? Ja, bin ich Gut Oh, ich sehe hier den Arm Gibt es da so Treffen wie da nach oben Ne Das nennt sich Gebäude Siehst du? So einfach Das ist gar nichts los So und da vorne ist die Alder irgendwo Da ist sie schon Siehst du So einfach Was? Genug Der gezeitenstein wird uns gehören Jetzt haben wir alles fertig Wir können jetzt die Quests abgeben Schön Das machen wir jetzt auch Dann tun wir dies, ja Und wo geben wir sie auf? Da wo sie sie entgegengenommen haben Hier oben zum Beispiel und weiter hinten Irgendwo hier so rein Motherfucker Ich will ja nicht auslassen, aber manchmal Der war das auch Der hat sich gestern irgendwie selber geschafft hier Machst du gleich mit der Seriakuchel ohne die anderen Quests abzugeben oder wie? Da kriegst du nur ein Fähnchen und die Quests machst du danach Ja, weiß ich doch Ja Ich habe alles geschiebt Was ist mit dir los, Alter? Ja, ich möchte antworten Die andere Quests abgeben Ich gucke ja gerade das Filmchen So, jetzt habe ich das Filmchen fertig Schön, ich gebe ab Hm? Hm? Ich habe mein Volk enttäuscht. So. Was gibt's denn hier so? Ähm... Ja bitte? Ist was? Na. Ein Schluck Kappi. Schmeckt eben. Ganz feines Zeug. Warte mal, lass ich mal einen Schluck Gerstensaft trinken. Wie vieles Bier von der Lemmy-Palette ist das? Sie sind ja nicht alles Lemmy-Bier. Ähm... Die Paletten. Ich nenne sie Lemmy-Paletten. Wieso nennen sie sie Lemmy-Paletten? So, bitte zeig mir, wo der Gezeitenstein ist. Ja bitte. Läuft er jetzt schon wieder? Oh, er läuft schon wieder. Es ist unser Fluch, die Ewigkeit als Geister zu verbringen. Holy Shit. Ich hab was sagen können hier, ey. Ich steck. Ey, darf ich noch looten? Der läuft schon weg. Bleib bei mir. Alter, der nimmt auch jede Scheiße mit, ne? Ja, der verpiss sich aber ins Haus. Weißt du? Ja, allein. Natürlich kämpfe ich allein. Wo seid ihr? Hallo. Alter, ist der behindert. Das macht er da absichtlich hier. Ich lauf einfach weiter. Lauf einfach weiter. Jetzt bleibt er stehen. Jetzt greift er die Maschine an hier. Oh, Leute. Ja. Wieso verpisst du dich? Da geht wieder ins Haus. Ist das doof? Meiner läuft weiter irgendwie. Ja, jetzt wieder zurück. Die Akademie von Artalas. Wir haben alles seinen Lauf. Äh. Äh. Wegt das Schmach. Äh, bim sich. Äh. Beträchtet die Hallen der Akademie von Artalas. Nur dann viel Glück auf eurer Suche nach dem Gezeitenstein. Ich wage nicht Fuß auf diesen Boden zu setzen. Doch ich unterstütze euch so gut ich kann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da rein, ne? Ja, aber rein. Ein bisschen was Polen hier und dann... Oh, wir Polen hier doch nichts. Okay. Achso, wir kommen fliegen. Der nach unten oder was? Ja. Kann ich fliegen. Ja. Ich bin jetzt nicht im Wasser. Ich bin jetzt im Wasser. Ach, da wo ist was? Ich bin jetzt im Wasser. Ich bin jetzt im Wasser. Weil ich da reingeflogen bin ins Wasser, weißt du? Deswegen bin ich im Wasser. Was ist denn im Wasser? Schockt euch Hut, Gewand, Zauberstab und Zauberbuch der Akademie von Hau Und die Erde hat auch noch gut Wo alte Polianten zerstören Ich muss in die Tür sagen Das fand ich so schwer Ne, wird auch noch irgendeine Scheiße Ungültiges Ziel Welche Fotze hat das jetzt genommen? Weiß ich nicht Ey, soll ich jetzt warten, bis das Scheiße wiederbeiratet Ich weiß nicht, was du nimmst Da liegt es da Ich hab's Ja, weil alles aufnehmen, dann verschwindet das erstmal Was ist das denn? Jetzt haben wir diese beknackten Hüte auf, was ist das denn? Sieh'n ja noch Scheiße aus Jetzt fliegt hier ein Buch durch die Gegend So wie bei Harry Potter oder was? Wie, jetzt hat man die einfach ausgezogen? Ich muss zuerst etwas anvisieren Wie scheiße sehen wir eigentlich aus jetzt? Ja, wieso? Ah ja, stimmt Foliant getötet Wir haben also Bücher gekillt So Hier ist unten, hier ist Wasser Da bin ich drin gelandet, weißt du? Mhm Also irgendwie Müssen wir hoch oder wo ist denn der Rest jetzt hier? Ich muss runter Der Zauberstab fehlt noch In Italien was Ich hab's Okay, das ist fertig Jetzt fehlt hier noch eine Sache Was denn? Such die Umgebung der Akademie ab Die Umgebung, der wird ja wohl auch draußen sein, oder?